Wir sind hier im Backstage-Bereich. Gerade ist der erste Auftritt zu Ende gegangen. Das war die Band Kilroy. Bei uns ist jetzt Wolfgang Prinz, der Sänger von Kilroy. Wolfgang, es ist immer ein bisschen schwierig, den Opener zu machen. Wie war es denn heute bei euch? Entschuldigung. Also generell versuchen wir immer so zu spielen und so auf 1.000 Leute spielen, egal ob 10 oder 20 davor sind. Macht natürlich mehr Spaß im Nebel und bei Licht, aber ich fand es toll. Es war ja schon öfter mal im Gespräch, dass ihr hier spielen sollt. Es hat dann nie geklappt. Was ist diesmal was Besonderes jetzt beim Trierer Benefits Opener oder ist das ein Auftritt wie jeder andere auch? Na gut, schon ein Auftritt wie jeder andere ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist halt ein Auftritt. War es hier noch jemanden mitgebracht, einen speziellen Gast? Stellst du es dir vielleicht auch noch gerade vor? Das ist mein Sohn Benjamin, der hat mir das erste Mal gerade über die Füße gelaufen auf der Bühne. Also kommen wir jetzt auch mal auf diese Art und Weise zu einem Fernsehauftritt. Das war Kilroy, der erste Auftritt hier beim Opener.